Du bist ein Gauna, jetzt stirbt er! Ich hau ab, ey. Es wird zu heiß. Nein! Ich flieh, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT mit ganz vielen verrückten Leuten, die ich alle noch nicht so gut kenne. Und zwar ist dabei der Dalu, die Anne, der Goro, der Grenz, der Kapuzenwurm, der Krabs, Xenix, der hat sich gemutet, aber ich denke, der ist trotzdem dabei. Der Early. Also ich unterbreche Dalu ungern, Yves, aber ich nutze es wieder. Ich hab hier leider eine Ankündigung zu machen, Leute. Ich bin Traitor. Ich bin auch Traitor. Ich schießt sofort Dalu und Grenz, wenn ihr sie seht. Die sind Traitor. Ich hab den Detective getötet. Die fangen schon an, ey. Dalu, ich hab den Detective schon. Machst du auch schon was? Ja, ich hab hier oben eine andere Detective. Shots mal feiert und zack! Vom Geländer gezogen, hab ich's alle. Wieviel hast du schon gekippt? Ich hab erst eins. Ich bin bei drei, du. Warte, ich hol mir jetzt Good Gaming. Oh, er hat überlebt. Was ist denn los? Ich kooper ihn. Ich kooper ihn. Er wird gekooper. Waaah! Ich hab ihn. Das war meine. Lebt noch eine. Xenix noch. Xenix ist unten. Töte ihn, Yves. Yves, töte ihn. Yves, töte ihn. Yves, töte ihn. Ich hab nur ne Diegel. Nur ne Diegel? Habt ihr das gehört? Yves, bist du's? Was? Yves, ist es. Schieß auf sie, Goro. Schieß auf sie. Ich schieß auch auf sie. Hab sie gleich. Warte, Shotgun. Ihr Scheiße. Ihr Schweine. Oh Mann. Da wollte ich erst die Einleitung unterbrechen. Und Anna hat mich blockiert. Das Geilste war auf dem Leuchtturm, war so geil. Ich knall early an. Und die anderen beiden rennen weg. Und laufen zu der Traitorfalle. Und die rennen zu der Traitorfalle und werden beide vom Turm gezogen. Ja, ich bin auf dem Boot hier gesprochen. Wie Yves mich die ganze Zeit angeschossen hatte. Also Yves. Ja, weil du warst es da auch. Danke. Dabei war doch klar, dass Grants und Darlou das war. Ja gut, das kann Yves ja nicht wissen. Hast sie den Newsletter nicht gelesen? Ja. Also Darlou, Kat und Grants sind schriftlich dazu verpflichtet, jedes Mal uns zu informieren, wenn sie beide Traitor sind. Nimm ich mit! Dankeschön. Okay. Werde ich absichtlich im Dunkeln. Aber der beste Spruch war, ich hab nur ne Diegel. Du brauchst Glück eigentlich. Achso. Ich hätte dich jetzt abgeknallt, wenn ich Traitor gewonnen wäre. Boah. Was ist Crapses? Er hat sich gerade angekündigt. Äh, Leute. Ich krieg ihn nicht. Ich fändere euch mal. Yves, du musst auf Craps schießen. Er hat's auch angekündigt. Du musst auf ihn schießen? Ich wollte auf die Möwen schießen. Ja, na schön. Ich wollte den Weg auf die Möwen. Und die Möwen flog ganz zufällig an dem Kopf von irgendwem vorbei. Oh, das ist eine Spinne auf dir. Das ist eine Spinne auf dir. Das ist eine Spinne. Warte, ich schieße sie weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh du doch weg. Nein. Doch, ich war zuerst weg. Nein. Oh nein, ich bin... Ich seh das, Xenix, was du da machst. Was? Ich seh, was du da mit... Ey, Xenix, fies auf mich. Ja, fahr runter. Deswegen hab ich mich da so erschrocken, weil ich dachte, du schiebst mich jetzt ab. Oh, da ist einer runtergefallen. Das war Nils. Was soll denn das? Lass mich durch. Das ist mein Ding. Du bist es, oder? DMA-Scanner. Early steht an der Traitor-Falle und wundert sich nicht. Das ist aber gefährlich. Wenn ich es gewesen wäre, dann hätte ich kaputt am Anfang schon. Niemals. Wo war das Nils Leben noch? Wenn du nicht Traitor sein solltest, Early, dann darfst du niemals da stehen. Wo? Was ist da? Da. Wo das Blut am Boden ist. Weil das Geländer kann den Traitor wegmachen mit E und dann wirst du rausgezogen. Wo ist Gold dabei gestorben? Eve hat grad sowas von gekauft. Den Detective Sugoro Korn, oder? Du hast grad gekauft. Ja, Leute, wo die Goro. Ja, Early wollte doch nicht schießen. Ich dachte grad, ich bin sicher hier draußen. Oh nein, Head Crap, Head Crap. Wo ist die denn? Wo ist der Laser? Wo ist der Laser? Wo ist der Laser? Oh, da hinten ist der Laser. Lol, da hinten? Ja. Wie hat jemand ein Boot entkennen schon lassen? Wo haben wir denn alle? Das war krass verschieden. Ich schau hier ab, ey. Wenn hier ne Dingens reingeht. Könnte auch Anne gewesen sein. Ja. Denk ich auch. Wie die Möwe mal ein Stoff ausgewichen. Ja, er ist doch auch abgestürzt, Nils. Na Kapuze, wo bist du denn hier? Ja, soll ich die Kiste festhalten? Warum wackelt die denn so? Ohhhh. Das ist aus, als käms da aus dem Kampf. Hey, das war... Hey, lass mich drauf. Der Turm hat gebrannt und ich bin durchgelaufen. Ah, ja. Hey, wer schießt denn da? Da hat einer real geschossen. Da oben steht schon wieder auf der Trailerpfanne, aber hat keine Angst. Ihr traut sich halt auch keiner zu schießen. Early ist confirmed, Leute. Darf ich? Hey! Ohne Scheiß. Auf, was hat er denn gemacht? Naja, er steht die ganze Zeit, obwohl ich ihm sogar gesagt habe, dass er um die Trailerpfanne ist, und er steht trotzdem auf dem Geländer. Oh, du bist gerade der Trailerpfanne vom Himmel gefallen. Er muss ja nur keine Angst haben. Schon wieder? Dann kann es ja nur Nils gewählt werden. Ja, das war Nils. Das war Nils. Oh, Detective ist tot. Ich geh mal den DNA-Scanter. So, Leute. Anne, jetzt sind wir die Detectives. Early ist hier. Ey, hast du Dalu getötet? Ja, ich hab Dalu getötet. Ja, ich beschützt dich. Ha? Du schützt dich in der Trailerpfanne. Early verfolgt mich, Hilfe. Wer ist in der Trailerpfanne? Ist das nicht hier die Trailerpfanne? I'm out of here. Nee, nö. Aber da hast du mich verarscht. Weiß ich nicht. Nö. Was, das Geländer oben? Gibt es einen Trailerpfanne? Auf der Map kenne ich eigentlich nur hier das Geländer oben. Gibt es hier noch einen Trailerpfanne? Dachte an einem Haus. Kapuze ist es. Ich hab ihn. Dachte auf Kapuze ist es. Oh ja, da fiel eine Kapuze. Ich bin Kapuze hinterher. Nein, der hat Early noch erschossen. Und dann habe ich Kapuze erschossen. Er fällt aber jetzt auch runter. Ah ja. Hallo Kapuze. Hallo Kapuze. Noch ein Like. Mein Tunnel-Friends. Ich bin Detective. Selbsternannt ist gar nichts mehr. Ich würde mich ja gerne mal hier ein bisschen umschauen. Aber ich hab voll Muffe in das. Die Anne. Wenn dann jemand in die Haxen schießt. Hier wurde gediegelt. Ja, der Knopf oben ist kaputt. Wir müssen eine Installation vornehmen. Wir brauchen einen Techniker. Darf man das ungestraft machen? Die Leute durch die Gegend werden? Du bist tot. Anscheinend. Das hättest du doch zu Ende gewesen, oder? Nee, ich bin nicht tot. Ach so, scheiße. Stimmt, da kann ich ja weiterreden. Wer hat denn da jetzt geschossen? Was ist der Kreml? Oh, hier ist auf jeden Fall... Nein, ich hab nicht geschossen. Dann hat... Kapuze lebt wieder. Meine Identität... Nein, Kapuze lebt wieder. Grennt! Irgendeiner, der unten ist, hat Kapuze wieder lebt. Alter. Und dann muss ich ihn halt nochmal töten. Zack, töte ich ihn zum zweiten Mal. Den Versager, ey. Belebt mich doch nochmal wer wieder. Lebt noch. Krabs, lebst du noch? Bestimmt lebt der noch, ey. Ich häng ihn hierhin provokant. Die wiederbeleben. Ah ne, wenn du jetzt verfehlst, bist du tot. Ach, nö! Hä? 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 War so'n schönen Schuss auf Xenix gemacht. Und dann hat Yves ein richtiges Umgebiet. Daru sagten wir noch, Early is confirmed. Und dann meinte ich ja und dann hast du mit mir gesprochen. Aber da war ich schon tot. Ich hatte keine Waffe. Ich hab dich extra wieder lebt. Ich hatte keine Waffe. Kapuze. 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 Boxt doch. Guck mal, Smobile. Boah. Boah. Muss nur noch Musik rauskommen. Meine Diegel, warte, warte, warte. Nee, Dino. Das war ein Schreckschuss. Wollte ich vorhin schon schreiben. Fühlst du, dachtest du bist alleine oben? War aber echt nice. Nein, ich hab gewartet. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht rausgelebt wäre, wieso? Wieso boxt du nicht, Kapuze? Wieso boxt du nicht, Kapuze? Einfach hier. Da hat sich die Shotgun schnabuliert. Shotgun und Diegel. Ganz locker. Immer in den Fußball, du, du Crowbar. Ich hatte schon gehofft, dass du auch wieder bist, Dalu. Das wär nice gewesen. Zwei Runden hintereinander. Ich hoffe, das ist Grant. Nee, lauf dich. Ich hab doch gar nicht auf dich geschossen. Oh shit, ich hab dich wirklich getroffen. Okay, Grant. Als ob ich dreimal hintereinander Trailer wäre. Wie shit, ey. Warst du sie jetzt grad auch? Ja, das war eben auch. Mehr wieder, oder was? Ich hab doch den Trailer pass, hatte ich ja. Dann fällst du hier runter. Ja, dann sterb ich ja nicht. Aber haben wir jetzt zwei Dinges? Zwei Dinges. Ha! Erli war im Shop. Erli war im Shop. Hä? Jetzt haben sie schon zwei. Alle ist vom Turm gesprungen. Nee, irgendeiner ist. Leute, hier ist einer vom Turm gesprungen. Die hast du nicht gesehen. Das war gerade der Dene. Das war gerade Dene. Das war gerade Dene. Der kommt da wieder. Boah. Boah, was war das heute? Ich hab nen Traitor. Ich hab nen Traitor. Ja? Hast du nen Traitor? Echt? Grants ist ein Final Swiper. Hat er dich? Hat er dich? Krabs? Krabs ist tot? Ja, Krabs ist tot. Okay, Grants. Ey, Krabs hat aber noch elf Schaden gemacht. Muss man schon sagen. War krass. Er hat ihn aber rausgefunden. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Also wenn wir Krabs oder Grants ihn schießen. Achso, ja stimmt. Ich kann mich als Krabs verkleiden. Danke. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, da ist grad jemand von Opfer. Das machen die öfter. Aber ich hab keinen Bock mehr. Ev oder Anne, es ist einer von beiden. Wieso? Weil aus der Richtung, wo ihr beide seid, hat mir das Sniper geschossen wurde. Ihr beide Sniper. Wo ist er, wo ich bin, sag mir das bitte. Weil ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo Lümmel. Oh, da hat er wirklich diese Dinge. Wird immer noch auf mich geschossen. Und dann lass das mal bitte. Anne, schieß doch auf Dalu, du hast ins Haus gegangen. Gar nicht. Ev, du machst doch nicht. Was? Seid ich auch ein Toh, oder? Kapuzes Toh? Äh, Dalu, ich hab dich hier zu Kapuzes Leiche gecallt, ne? Ja, Gratulation, ich hab andere Probleme. Anne, hilf doch. Was ist denn? Ja, ich kämpf gegen so einen Traitor. Ja, wo denn, wer denn? Ja, Anne ist es doch auch. Welcher Traitor? Ich, bist du tot? Ich komm nicht, ich krieg dich nicht. Ich schau ab, ey. Es wird zu heiß. Nein! Ich flieh, Leute. Das war so unlaut. Ich dachte, das wäre Gratz. Ja, danke, Erli. Hat Dalu gekillt. Ich hab mich Dalu getötet. Doch. Hä? Der war hinter mir her und jetzt ist er tot. Wer ist das hier? Wer ist das hier? Good Gaming, es ist Good Gaming, es ist Good Gaming. Good Gaming ist es nicht. Ja, da muss es Anne sein. Ne, ich bin's nicht. So, warte, wir haben jetzt, ich hab jetzt Yala, Taube, Silent Sniper. Wäre cool, wenn du nicht machst, weil ich hab das nicht mehr. Warum denn nicht? Er erzählt gerade, was für Traitor-Items er hat. Ja. Warum schießt der jetzt? Gratz. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Das machst du nicht. Das hab ich auf ihn geschossen. Ich dachte, ich komm damit durch, Goro. Wenn ich dich einfach mal anschieße. Von Eve hat alles. Du bist von Eve gekillt. Ja. Gratz hat mich runtergeschossen und dann stand da noch jemand. Aber ich wundere mich, dass du es nicht angesagt hast, dass das Eve es auch ist. Weil ich erst nicht geschossen habe, ich hab ihn ganz zum Schluss mit dem Kill geholt. Aber das war eigentlich sehr verdächtig. Ja, nein, ich hab Eve vorher nicht gesehen, bis halt ganz am Ende... Ich stand unter dem Ding in Sloat. Okay, ja, ist klar. Ich wollte erst, dass Grenz die Vorarbeit macht und ich hab ihn kurz absagen, damit ich die Verdächtigung schnabulieren einfach. Ach, einer ist tot. Der Penner! Ja! Ah! 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 Abgebrochen! 함! Dmonh uwu! Detektiv! Der Zaun, der Knuz Refug Polizei welPEW zu über packs bringen! Wie geht hier, dass aus? Auch mit der Taube, mit dem Taubensauen und so nervig! Geil Detective TraitorsUSTRYPT? 基��oz, ich hab nämlich keine Waffe! Jetzt habe ich eine Deage, schauen wir mal, go! Buuuu! Boop das operating kaputt gemacht... Wer hat das gemacht? Ich weiß, weille nicht? Wer war das? Du hast das kaputt gemacht! Verflieg bedeutet ihre Ahnung nicht. Du hast... Herr Fliege da! Nee, da draußen schießt er, Goro. Ja, ich hab die Fesse, Goro, guck mir jetzt mal. Was soll denn das? Bitte halt mich, Goro. Goro, halt mich. Ganz ruhig. Ich glaub, Goro, was war jetzt passiert, Kapuze? Kapuze lebt noch. Hey! Goro ist es! Noch nicht? Hä? Wurzeln jetzt die Live von Goro? Early. Warte, hier, da. Early Bird. Wieso? Na, Lettelüberwachung hier bei Anne. Na, Anne, hast du das Ohr? Die lagen beide in der Ecke. Ah, dann komm ich auch mal dahin, das sieht gemütlich. Ich hab Goro getötet. Hast du, Neal, die Schnauze? Ich identifiziere ihn. Okay. Kann mal einer den Detective callen, bitte? So, nicht, Freundchen, ey. Sitzt er da oben, ey. Hey, 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 Zenex! Geh weg! So, ich hab'n Radar. Grenz vor dir mal irgendwie, was lustig ist. Es ist doch eh Xenix. Wenn's Xenix wirklich ist, dann haben wir alle Traitor. Oder, äh, Eve. Early lebst du mal zuverlässig? Ja, Herr Early. Weißt du, dass es Zenex ist? Weißt du, mit mir? Ist der Confirmed? Nein. Von mir aus nicht. Von Detective. Ich weiß nicht, wie Early, was sagst du? Darf ich ihn trotzdem abknacken? Ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. Early hat schon einen Traitor gekillt. Ich weiß, ich habe ja nur hinter mir, weißt du, eben, warte. Ich hab' mir gedacht, einer von den beiden Musi-Tray-Leichen wieder runtergeschossen. Ich hör'n dir einen Schuss und seh' wie er da in der Ecke mit der Leiche hockt. Krabs ist es! Was denn? Komm mal her! Du bist es! Well, Kapuze ist tot. Krabs zum Abschuss? Der ist doch schon wieder zum Teil rum. Ja, Goro. Und Goro. Krabs ist es halt. Nö, ist doch nicht. Doch! Aber Krabs ist vorhin ganz alleine irgendwo hingelaufen. Ich glaub, der hat mir Angst. Er verhält sich so verdächtig. Echt? Mach' nicht mehr Angst. Ich bin eigentlich sogar ein Golden-Digel-Schuss wert, ne? Mach' doch Golden-Digel auf Xenex. Obwohl, ne, das muss ja auch... Ja, bist denn doch einfach. Bin ich jetzt hier alleine? Ja, ich weiß nicht. Setz mich mal ins Bild. Ich kann das kaufen. Ist Krabs jetzt im Abschuss, ja oder nein? Nein, Krabs nicht. Nein! Krabs hat ja gar nichts gemacht. Krabs hat gar nichts gemacht. Krabs, aber man kann doch sein, dass du die Leiche von deinem Kollegen suchst. Krabs ist es doch. Hör auf, auf mich zu zielen. Hey! Wer hat geschossen? Shotgun irgendwo? Ich weiß nicht. Wo? Er hat ne Shotgun. Krabs lebst du noch? Oh! Irgendwer ist runtergefallen. Das war ich. Aber ich hab's überlegt, ey. Oh, Krabs. Wow. Oh, hinter... Krabs, du hast doch das Baby geworben. Da war ein Baby. Das war ein typischer Krabs, ey. Da kam was Pinkes aus Krabs raus. Ja, das war... Ja, das war sein Baby. Ja, ist es. Scheiße. Ich hoffe, es war das Baby. Evi, wie schießt du denn das mal, ey? Ne, das war ich von der Seite, Krabs. Du warst schon tot. Nein, nicht hier. Ich leb da. Ja, du Kackmensch, du. Ich hab Musse auch nicht. Du kannst ruhig Kapuze. Ey Xenex, burn. Error. 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 Error.